jo 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 meine freunde was geht herzlich willkommen hier bei jengles 44 tv meine freunde wir haben alle das event gesehen in berlin hat es stattgefunden und einer der der special kämpfe oder der besonderen kämpfe worauf wir uns gefreut haben waren natürlich abo hamza gegen hamid khan wo hamid khan ja komplett aber komplett auseinander genommen worden ist und abo hamza schöne grüße an dieser stelle war maschine ja boxer ist natürlich beide auf keinem hohen niveau woher auch sind ja auch keine boxer aber bei abo hamza war richtig dampf hinter den schlägen der hat der hat den hamid regelmäßig davon im bein geholt hamid habe ich gesehen macht jetzt einen auf schlechten verlierer und findet das überhaupt nicht toll dass mit dem rutschigen boden macht den veranstalter verantwortlich er hatte keinen fairen kampf gehabt dies das hat mir das ein bisschen was sie dann reingezogen und dann beleidigt das hin an dann bleibe ich der oder was das beleidigt hat dann versucht auch in richtung von amal zu schießen wo amal das ganze aber dann direkt geklärt hat direkt erstmal ein riegel vorgeschoben hat ja wild wild was soll man dazu sagen er steht da er flext da mit seinen mit seinen nicht vorhandenen muckis sowas hat so ein bisschen trainiert und glaubt jetzt erwärts guck mal kleiner ratschlag von mir an dich haben mit ne ich glaube ist eigentlich sympathischer als du dich gibst ne und ja versuche einfach nicht der krasseste im internet zu sein versuch nicht der krass zu sein der hier irgendwo unterwegs ist weil da bist du nicht und das ist auch nicht schlimm so verstehst du bleib wie soll ich das sagen alter stehe und man sagte mal unterschreib stell mit deinem mund keine schecks aus die du mit deinem arsch nicht bezahlen kannst ja das heißt ja lehn dich einfach nicht so weit aus das fenster so und ohne jetzt irgendwie drohungen oder dies oder das einfach nur die gehst du denn dein skills entsprechend und wenn du abgefuckt bist du warst ich habe mir ich habe mir deine vorbereitung ja auch angesehen und wo die im box ist es so im ring ist so die kondition entscheidet wer gewinnt die kondition entscheidet darüber wie aktiv du in der runde sein kannst ihr entscheidet darüber wie viele schläge du einstecken kannst wenn sie auf die deckung gehen die entscheidet darüber wie viele schläge du austeilen kannst entscheidet darüber über alles wie aktiv du sein kannst wie viele aktionen du machen kannst das ist alles das alles an die kondition gebunden und deine kondition mein lieber war halt grottenschlecht genauso grottenschlecht wie meine kondition so und deswegen muss man sich dann auch ein bisschen zurücknehmen so das ist im regen im regen läuft ein kampf nummer anders ab weiß nicht ob das sein erstes mal kämpfen in dem regen war außerhalb von der straße ich glaubte dass du auf der straße den einen oder anderen umgeschmiert hast der ein oder andere hat sich vielleicht von dir einschüchtern lassen hat sich deshalb nicht mal gewährt ob du auch mal einen wehrhaften typen auf der straße hat das weiß ich nicht an sein gleich hast du dann auch umgenockt aber straße ist nicht eng da hast du es nicht deswegen damit das ist hier kein front ich habe überhaupt nichts gegen dich nur mir ist aufgefallen machst du machst dich echt richtig unsympathisch mit deinem verhalten so du dich benimmst und sei einfach sei versuch einfach guter verlierer zu sein ich weiß nicht ob du berater um dich herum hast aber das ist nicht so ein bisschen demut weißt du viele leute die von der straße kommen und die mit die mit dem die mit sport anfangen mit kampf sport und so weiter weißt du die lernen in erster in erster hinsicht das erste was was du lernst wenn du von der straße in den ring gehst wenn du von der straße ins boxen gehst in kickboxen oder sonst was das erste was du lernst das demut dass du erst mal siehst krass wie groß das verhältnis ist zwischen einem trainierten menschen eine menschen der kampf sport trainiert zu einem untrainierten straßenschläger das ist da sind welten zwischen da sind welten zwischen das kannst du dir jedes mal beim beim kirmes boxen beim rummel boxen kannst du das einziehen wo leute da reingehen wo du dir denkst alter wasser typ die grobe arme diester stirnacken und dann wird er davon von 70 kilo polen komplett auseinander genommen und der spielt noch mit ihm der macht nicht mehr ernst wenn er wollte könnte den direkt innerhalb der ersten 30 sekunden ausmachen so und was ist das einfach ein bisschen demut du hast jetzt auch mit paar leuten geboxt du weißt was du kannst und was du nicht kannst und gegen sinan kämpfen wollen ist zum beispiel ja das ist auch und dann sagst du auch noch ohne handschuhe und so immer weg von diesen dinge ohne handschuhe weißt du denkst da landest du schneller ein brauchst nicht so viel kondition und so dass der hintergedanke mit ohne handschuhe kämpfen leute leute mit lungen pfeifen so wie ich ich fühle deinen gedankengang ich fühle deinen gedankengang aber da ist einfach besser als du da sind einfach levels dazwischen um mal sinan ist auch kein kein profi profi aber da sind mittlerweile levels dazwischen der macht das jetzt schon eine weile und keiner sagt dass das unheil uneinholbare levels sind aber jetzt fürs aktuelle wird sich wird sich dick auf die nase legen damit wenn du ein halbes jahr vorbereitung hättest halbes jahr wenn du ein halbes jahr gas geben kannst und das in den sport steckt bin ich mir sicher kannst du auch in sinan umhauen und dann kannst du auch viele andere umhauen aber die so nicht so ist aktuell ist nicht und ja kommt mal runter entschuldigt euch mal gegenseitig da diese beleidigungen die müssen nicht sein wie gesagt schönen grüße an der stelle alles gute ich bin erstmal raus hau rein ciao ciao bis zum nächsten Mal